Hi, na Leute, wir chillen hier auf dem Flughafen rum, unser normaler Flug wurde gecancelt, deswegen fliegen wir jetzt nach Mailand. Das ist ganz toll. Los geht's. Das ist ganz toll. So, jetzt sind wir endlich in Italien angekommen, sind allerdings in Mailand gelandet und aufgrund unserer Fluggesellschaften müssen wir jetzt leider mit dem Zug fahren und es gab leider keine andere Möglichkeit als... das Bier habe ich schon von Free bekommen und ich kann so viele holen wie ich will. Das ist ganz toll. 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 Ich bin hier zu sagen, dass wir nicht die Homosexualität tolerieren und wir werden uns in der Zukunft besser machen. Grazie mille! Los geht's, geile Sau! Oh man, du bist gut. Du bist unter 18? Alright, man! 1. 2. 4. 4. 5. 6. 8. 8. 3. 1. 2. 1. 3. 4. fotes. 5. 5. 5. Steiner. Webbing. 1. 6. 6. 1. 3. 3. Da ist man gekehrt. Do you want me to help you? I'm Capitano Italiano. Wanna touch my spaghetti? Do you want me to help you? I'm Capitano Italiano. I love you. Musik Suddenly one wonders night In the flash she saw the light Chop up like a boo-boo dancer And get off the bike up I got an off-road My bacon, slice by slice You sell out your chunder, my price They want my thunder, juicy chop A bit of a Welt Es ist ein Schuss. Speak with me! Ho, Mos, are no ghosts! 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 Hey, where do you think you're going? Go back, you little bitch! Ho, Mos, are no ghosts! Alleluia! Any report of gay people today? No, 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 no! Have you seen gay people? I bring in some halleluia! No, no, no! I bring in some halleluia! No, no, no! Have you had a document? What? Have you had a document? Yeah, yeah, I have a document! I wish I could understand Italian! Do you like it? Do you think it's funny? You find funny this? I don't find funny! Okay, okay, sorry! Are you insane? No! You know what you're carrying? Yeah, it's spaghetti! You're insane! Okay, okay, sorry! I'm sorry, sorry! We will go, it's okay! Totally crazy! Yeah, we're sorry about that! I've blown you, man! Have you had a private tour? No, 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 no! Well, well, so, what should I say? Well, you don't understand the Gag! Yeah, well, you don't understand it! Yeah, yeah! Ich habe jetzt Gott besiegt, beziehungsweise ich habe Gottes Polizei besiegt, deswegen bin ich jetzt eigentlich unzerstörbar. Dafür kann man das in Kauf nehmen, dass keine Videos mehr kommen. Mein Name ist ja keine neue nehmen. Bonjour. How are you from? South Africa? Ja, labern wir noch in meine Endcard rein, du Lappe. Achso, Zeitung. Schmeiß dich ins Wasser. Und piss hinterher hin. Wenn wir nicht labern würden, wäre das eine richtig atmosphärische Endcard. Na ja, dann halt so. Ist das jetzt eine Endcard? Vielen Dank fürs Schauen, Leute. Vielen Dank für die Unterstützung auf Patreon. Wir haben da jetzt ein bisschen Geld verloren, also wenn ihr Bock habt, guckt da mal vorbei. Wäre schön. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Na ja!